dann sind die dächer quasi so gut wie erledigt die sehen ihr bin ich fertig aus was sieht irgendwie fertig aus hier die dumm dumm netherwarzen ich habe auch schon extra so ein jostum darüber gepackt damit wenn eine glowstone drauf packt dann wird es fertig oder ja nicht fertig aber das geht schneller weil glowstone quasi die gleiche lichtstärke hat wie okay bram hat irgendwie hingekriegt ich weiß nicht wie aber er hat es hingekriegt dagegen voll krass kai sonst guck mal eben sofort runter muss ich sofort mal nachgucken hier in unserem neuen party raum ja wir haben ja sonst in jedem raum holz auf dem boden und du hast hier sandstone hingepackt was habe ich da sandstone hingepackt ja du hast hier angefangen mit sandstone keine ahnung vielleicht war ich verwirrt dann bräuchte ich da was wie kann denn mitten am tag hier im creeper um renadi weiß ich nicht kann ich dir nicht sagen mega geil ja was mein vorrat an dem löschen der schöpft wie ich das hier dass du du brauchst nie wieder erleben holen nehmen im inventor man unsichtbar ist dann sieht man auch nicht die den namen oben drüber oder ich muss schon mal absichern ich werde ja nur fragen alles also warum was ist das denn jetzt wieso hast du was denn brameln ja bitte du hättest aber auch in dein ding reintun müssen ich hab nix abgekriegt was kommt man bitte rein da ist nix drin das leer ich hab nix abgekriegt hier ist auch nix zerborsten was wirst du denn tut mir furchtbar leid dennis oh mein gott ich raste aus was habt ihr versucht ja dennis hat wieder wie damals auf meinem schiff da wieder so ne falle lol ich hab den trunk in meinem inventar drin ich hab den eingesammelt oh lol bram hast du vergessen den zu singen sind mit schießpulver mit schießpulver oh mein gott oh mein gott wieso failen eigentlich alle trolls das kippet doch gar nicht krass mein schiffen ist nur noch am oh nein ich dachte mir diese falle hier das ist doch eigentlich nur brammshandschrift oh nein oh nein du hast eure hütte erweitert lol die war vorher nur 2x2 felder groß jetzt die musste aber 3x3 felder groß sein dann bin ich da what the fuck denn ist mir überhaupt kein lol du hast unsere tür zum spacken gebracht die geht jetzt immer auf und zu ja ich weiß what the fuck haha nice okay da hab ich gefehlt scheiße unsere tür bleibt nicht mehr zu ey die spackt jetzt immer rum und geht wieder auf boah fuck ey ich hab mich schon gewundert so ich renne hier rein oder irgendwas ist doch hier anders muaaaaa das war jetzt aber ärgerlich peter da hab ich hart geloopt aber hallo ey ach ja ja wir wollen auch nicht trollen weißt wir wollen diese season ja auch einfach zusammenspielen so haben wir jetzt boah sep haben wir jetzt eigentlich kohle gesammelt wieder ja ich hab ganz viel kohle da reingepackt wieder ja achso in die dinger mal aaaaaaah fucko bitchoko ey kann man das nur verkacken okay ich soll auch nix sagen was meine trolls angeht haha ohne spaß ich dachte wenn die da raus geschossen kommen dann explodieren die auch nee da hast du dich leider vertan schade schade schokolade eindeutig ist ärgerlich aber gut für mich was habt ihr denn versucht zu machen ja ich hab einfach so drücken aber jetzt hat er unsere tür kaputt gemacht bleibt nämlich nicht mehr zu die backt jetzt hier die ganze zeit rum aber krass das muss man heimzahlen ja alles nicht lustig hier alles nicht lustig wenigstens alles hat funktioniert wow achja was haben wir eigentlich oh krass ey ist die stunde wieder rum fickt die hände ich hab hier noch ne 5 stunde übrig bei mir ja ich auch aber das ist ja nicht mehr so viel naja das stimmt wir haben relativ lange gebraucht für die vorbereitung dieses total behinderten streiches der nicht funktioniert hat oh ja weil dennis ja doch letztens in die schuhe ja aber der hat doch zig mal funktioniert ja aber das war jetzt deine eigene inkompetenz die volle hat ja funktioniert ja ich sag ja gar nicht dass jemand anders schuld war immerhin wusste ich direkt wo eure truhen sind wenn du zu peter da wusstest du nicht wo er hin muss ne das stimmt oh mein gott ist zu schwer ist zu schwer peter halt war mega sneaky versteckt da übersieht man da total ah ne im wald wollten wir euch nur ein paar rohstoffe geben weil ihr braucht ja auch ein bisschen was ja auf jeden fall alter hart ich glaube ich verballer allein das ganze holz hier für den einen dummen raum so dann gehe ich jetzt nochmal diamanten fahren ja ist doch geil ne ist nicht geil weil dann müssen wir wieder holz anbauen ja aber du hast doch genug holz da drin gehabt das müsste doch erstmal gut sein oder ja wenn wir irgendwann weitermachen wollen dann ist wieder nix nix da ja ich mache jetzt sowieso erstmal das dach da oben fertig ey das ist jetzt erstmal notwendig wo möchtest du denn die stufen denn haben oder ist egal ich muss ja mal dringend kurz aufgefahren ja vorne irgendwo ne warte ich komm mal eben gucken so dann mache ich das hier nachher noch weg dann kommt hier gravel hin da ja dann mache ich das vorne so ach so ja das kannst du natürlich machen ne warte mal hier vorne die fenster sind zu tief sonst ja gut da können wir ja dann auch einen normalen sandstone block hinsetzen dann mach es halt einfach weg geht ja klar oh nein es wird wieder dunkel Hardy ja ich steige jetzt auch direkt schnell aufs dach ja na toll mich lässt die runde zurück mit den ganzen creepern und all ja dann leuchte doch aus hey deine sozialen kompetenzen lassen zu wünschen nörig keine sozialen kompetenzen ist hier auf jeden fall nicht ich glaube das schreit einer sicherheitsverwahrung ja ist nah nein scheiße das ist irgendwie langweilig du pisser nice gesehen nice gesehen aber du kleine missgeburt wo bist du hin hallo du hast Shunty getrollt ne ich hab dem einfach nur zugeguckt ja hab ich ihn getrollt ja hab ich ihn getrollt würd ich wohl auch sagen jetzt ist er aber so schnell abgehauen dass ich ihn nicht mehr sehe Glück für ihn sehr viel Glück für ihn irgendwie ist das voll die fail troll season ich hab Shunty einfach nur zugeguckt aber da hast du das anhand der Bläschen gesehen oder was jetzt sag ich dir doch nicht wie ich das gesehen hab mein Trick und der hat da so nen Detektor hingebaut vielleicht hat man dich auch leicht gehört ja aber du hast viel zu gut ja aber du hast viel zu gut so leise bist wie Dennis besoffen also das wird mit dem Lehm für das Dach hier nochmal ne ganz knappe Kiste jetzt sag ich dir ich dachte wir müssen ihn wiederholen ja ich hab auch gedacht bin mal gespannt ich bin echt mal gespannt ja das Deck ist schon wieder